Welche Hindernisse hast du im alltäglichen Geschäft als Immobilienmakler? Da ist es in der Werbung, in der Objektakquise, im Einkauf. Der Verkäufer will seinen Wunschpreis durchsetzen. Aktuell sind die Immobilien nicht mehr so leicht zu vermarkten, wie sie mal zu vermarkten waren. Also Hindernisse. Hindernisse im Leben ist etwas, was wir immer wieder haben. Man könnte auch sagen Probleme, Barrieren, Hindernisse, die sich uns einfach in den Weg stellen, wie so bei einem Hürdenläufer. Die sind einfach da. Ja, häufig kommen sie von außen durch das Umfeld, eben durch Kunden, Interessenten. Sie wollen nicht immer so, wie man sich das eigentlich vorstellt. Und das Spannende ist dabei, dass je mehr man macht, also je aktiver man ist, umso mehr Barrieren kommen eigentlich. Und dann gibt es natürlich wieder Menschen, die sagen, oh, Barrieren bzw. Hindernisse finde ich eigentlich doof und die will ich eigentlich gar nicht haben und deshalb gehe ich denen so aus dem Weg. Also ich versuche immer so den Weg mit dem geringsten Widerstand zu gehen. Das Problem dabei ist aber, dass die Barrieren sowie ungedeckte Schecks immer wieder auf den Tisch kommen. Sie kommen einfach. Mal sind sie da, mal sind sie sichtbar, mal sind sie unsichtbar. Aber eine Sache steht fest, dass viele Hindernisse hauptsächlich da oben im Kopf entstehen. Also die sind hausgemacht, sozusagen kommen aus dem eigenen Inneren heraus. Das sind die Challenges und ah und kann ich das, will ich das und ah und überhaupt. Ja, diese ganzen offenen Themen, die man so hat. Ja, ob das Rechnungen sind, die reinkommen. Ob das, ach, man müsste eigentlich wieder die nächste Marketingaktion machen. Oder man müsste ja eigentlich mal wieder überhaupt generell Akquise machen. Oder Mensch, da hat man Objekte, die habe ich jetzt schon seit ein paar Monaten. Ich kriege sie nicht verkauft. Ja, warum kriege ich die denn eigentlich nicht verkauft? Ah, ist doch alles Kacke, bla bla bla. Und jetzt würde ich dir mal eine Frage stellen. Und zwar, wie kriegst du, oder andersrum gesagt, diese Hindernisse werden unheimlich aufgeblasen. Wie so mit einem Blasebalk. Man macht die selber einfach unendlich groß. Das ist dieser große Berg, der sich vor einem auftürmt, weil man ja so viel machen muss. Wie so ein Riesenberg, wie so ein wirklich Mount Everest regelrecht groß sind dann auf einmal oder werden die Hindernisse, wenn man zum Beispiel sie eben nicht angeht oder die Dinge nicht erledigt. Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit. Und ich will dir hier mal ein Beispiel aus dem Sport bringen. Was passiert bei denen, wenn so ein Titelkampf kommt oder ein Titelkampf angekündigt wird und so diese erste Pressekonferenz stattfindet? Und da ist der Gegner und also die zwei Gegner sozusagen stehen sich gegenüber und sind dann in so einer Pressekonferenz. Was macht der eine mit dem anderen? Und zwar, das ganz Wichtige ist, der andere wird mental fertig gemacht, wird runtergeputzt, wird klein gemacht. Und das ist genau das, was im Sport grundsätzlich der Fall ist. Egal ob im Fußball, egal ob im Tennis, egal welche Sportart, der Gegner wird klein gemacht. Vielleicht nicht immer offiziell. Also im Boxen ist das sehr, sehr stark sichtbar, dass das so gehandhabt wird. Anderen Sportarten ist man da vielleicht ein, sag mal, soft, ein bisschen stilvoller. Im Boxen geht man da richtig drauf. Und das macht man aus einem einzigen Grund. Stell dir mal vor, der Boxkämpfer, der würde jetzt hingehen und sagen, oh, boah, der Gegner, der sieht aber heute richtig stark aus. Der sieht aber richtig gut aus. Wow, der hat aber auch, wie der schon aussieht, wie der schon gekleidet ist. Ja, wie der schon in die Arena reinkommt. Oh, 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 heute wird es aber eng. Stell dir mal vor, der würde so agieren. Du weißt genau, was ich dir damit sagen will. Er kann diesen Kampf nicht gewinnen. Das, was der Sportler macht, ist, er macht das Hindernis mental klein. Er macht es regelrecht platt. Er macht es regelrecht kaputt. Er schlägt im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Hammer auf das Problem. Also der Gegner ist in dem Fall das Problem. Mit dem Hammer schlägt er volle Pulle drauf. Und genau das ist das, was du mit Hindernissen in deinem Leben tun musst. Du musst sie nicht aufblasen, sondern du musst sie klein machen. Du musst sie platt machen. Und das kannst du nur schaffen durch, erstens, innere Überzeugung. Zum Beispiel durch Selbstvertrauen. Weil je stärker dein Selbstvertrauen ist, schau in den Sport, da wirst du immer Menschen haben, die voller Selbstvertrauen, also sich selbst vertrauen und voller Selbstbewusstsein, sich seiner Selbstbewusstsein, über die eigenen Fähigkeiten den anderen platt zu machen. Das ist die einzige Strategie im Umgang mit Hindernissen, die wirklich funktioniert. Also je größer du ein Problem machst, je größer du ein Hindernis machst, umso schwerer wirst du es selbst haben, es zu überwinden. Völlig egal, ob Verkäufer, ob Käufer, ob Objekt, ob Unterlagen, ob Bauamt, egal was es ist. Du musst die Dinger in den Griff kriegen. Das kannst du eben nur durch Selbstvertrauen. Und sich selber zu vertrauen hat etwas damit zu tun, dass du dein Geschäft beherrschst, dass du kompetent wirst. Und alle Situationen in deinem Business wie eine Art Karate-Kämpfer im schwarzen Gürtel mit 8 Darnen handhaben kannst. Dazu übrigens ein kleiner Hinweis an der Stelle, nämlich lass ein Abo da, damit du kein Video mehr verpasst. Und schreib mal gerne in die Kommentare rein, wie du dieses Thema hier siehst. Und in meinem Coaching machen wir eben unsere Immobilienmakler eben zu Karate-Kämpfern mit dem schwarzen Gurt, damit sie alle Tools und Techniken, Vorlagen, Anleitungen und Checklisten haben, damit sie in der Praxis Akquise, Einkauf und Verkauf so beherrschen am Ende, so beherrschen, dass sie eben keine Hindernisse mehr haben, sondern alles das, was sich ihnen in den Weg stellt, wirklich meistern können. Und genau darum geht es, dass du Hindernisse nicht größer machst, als sie sind, sondern das, was dahinter steht, erkennst. Und durch Technik, durch Können, durch Kompetenz, durch Wissen, durch Training, durch Übung genau weißt, wie du damit umgehen kannst. Denn die gute Botschaft ist, dass egal welches Objekt du hast, du kannst es verkaufen. Du weißt vielleicht nur jetzt aktuell nicht, wie. Und das kann man lernen. Du hast zu wenig Objekte. Hey, dann fehlen dir vielleicht die Skills, die du brauchst, um genügend Objekte zu bekommen und vor allen Dingen regelmäßig Objekte zu bekommen. Du hast vielleicht heute noch keine Mitarbeiter und hast vielleicht sogar ein bisschen Angst davor, Mitarbeiter einzustellen. Dann fehlt dir am Ende des Tages das Wissen und die Übung und damit auch die Kompetenz im Umgang mit Mitarbeitern, wie du das wirklich alles aufeinander aufbaust. Aber eins ist gar keine Lösung, nämlich den Dingen aus dem Weg zu gehen, weil du damit deine eigene Entwicklung, Weiterentwicklung blockierst und damit auch dein eigenes Geschäft und deine Möglichkeiten ebenfalls blockierst. Also wenn du deine vollen Möglichkeiten ausschöpfen willst, dann gibt es nur einen Weg, nämlich Go Competence. Du musst kompetenter werden und das schaffst du durch Wissen, durch Verstehen, durch Übung und Training und vor allen Dingen, dass du die richtig guten Tools an die Hand bekommst und die bekommst du bei mir. In diesem Sinne, alles Gute, bis dahin.